Hi Willkommen bei TwigPC. Für alle die neu im Kanal sind und hier ein Unboxing oder ähnliches erwarten, da seid ihr hier vollkommen falsch. Wir testen die Netzteile wirklich und das auf Herz und Nieren. Die Liste unseres Equipments, das wir dafür verwenden ist lang. Dazu gehört auch eine eigene Chroma Netzteil Teststation. Diese kommen zum Beispiel auch ähnlich bei den Netzteil Herstellern zum Einsatz. Wenn euch die Messgeräte interessieren, eine Liste findet ihr im dazu gehörigen Artikel. Ich fasse hier im Video die Testergebnisse zusammen. Falls euch etwas Bestimmtes interessiert, schaut in die Timeline. Und falls ihr dort nicht fündig werdet, dann schaut bereits in den erwähnten Artikel. Der ist noch mal deutlich ausführlicher als das Video hier. Im heutigen Video schauen wir uns die neuen BeQuiet Pure Power FM Netzteile an. Wobei FM hier für Fully Modular steht, also für vollmodulare Kabel. Wir waren auch etwas überrascht, dass BeQuiet eine neue Netzteil Serie rausbringt, die sich anscheinend nur dadurch unterscheidet, dass die Netzteile jetzt vollmodulare sind. Die alten Pure Power hatten entweder nur feste Kabel oder waren Teilmodular. Aber lasst mich etwas spoilern, der Test wird hier einige Überraschungen offenbar. Im kompletten Artikel haben wir wieder exklusiv alle drei Modelle getestet, also mit 550, 650 und 750 Watt. Wie bereits üblich habe ich davon eines einfach für das Video ausgewählt, damit das etwas einfacher mit den Diagrammen wird. Aufgrund der aktuellen Grafikkartensituation und den damit zusammenhängenden, gesteigerten Interesse an etwas leistungsstärkeren Netzteilen, habe ich mich für das 750 Watt Modell entschieden. Die Grundaussage zu allen Modellen ist gleich, falls euch da eine andere Watt Klasse interessiert, dann findet ihr die Diagramme unten im Artikel verlinkt. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich das 750 Watt Modell für das Video ausgewählt habe. Und zwar wir können einen direkten Vergleich mit dem Straight Power 11 Gold machen. Die Netzteile sind wie gesagt vollmodular und bis auf das RTX Kabel kommen Flachbandkabel zum Einsatz. Der größte Unterschied bei der Kabelausstattung ist, dass das kleinste Modell nur zwei PC-Express Stecker bietet, während die größeren Varianten davon vier haben. Die Spezifikationen sind eigentlich schon typisch für die Pure Power Netzteile. Die FM Serie bietet auch hier Dual-Wale, wir haben hier also zwei 12V Leitungen, einmal mit 36 Ampere und einmal mit 32 Ampere. Insgesamt kann das Netzteil auf den 12V Leitungen dann die kompletten 750 Watt bereitstellen und kombiniert auf 3,3 und 5V sind es 120 Watt. Schauen wir uns an wie zuverlässig die Schutzschaltung beim 750 Watt Modell greifen. Bei der Überlastung schaltet die OPP bei etwa 966 Watt ab und bietet damit mehr als ausreichend Puffer. Der Spannungsabfall auf der 12V Leitung fällt mit 0,12V relativ gering aus, für ein günstiges Gold Netzteil sind das schon sehr gute Werte und auch weit innerhalb der ATX Spezifikationen. Die OPP war auch ein Punkt, dass ich bei den anderen Pure Power 11 Netzteilen damals im Video kritisiert habe. Die FM Serie ist hier deutlich besser. Die OCP, die Absicherung vor zu hohen Strömen schaltet das Netzteil bei 1001 Watt ab bzw. bei 82 Ampere. Der Spannungsabfall ist hier mit 0,13V genauso unaufällig wie bei der OPP. Die OCP auf der 5V Leitung schaltet bei 33 Ampere und bei der 3,3V Leitung bei 35 Ampere. Beide bieten damit genügend Spielraum. In beiden Fällen ist auch die Spannung relativ unbeeindruckt. Auf Kurzschlüsse reagiert das Pure Power 11 unproblematisch. Hier gibt es auf keiner der relevanten Leitungen etwas zu bemängeln. Insgesamt muss ich sagen zu den Schutzschaltungen gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Die Schutzschaltungen greifen hier deutlich besser als beim alten Pure Power 11, das ja doch einige Schwächen zeigt. Kommen wir zum Wirkungsgrad und beginnen mit 115V Eingangsspannung um das 80PLUS Gold Zertifikat zu überprüfen. Hier liegt die Pure Power 11 FM weit oberhalb der Anforderungen für 80PLUS Gold. Das Netzteil ist für seine Klasse bei geringen Lasten sehr effizient und erfüllt hier sogar die Anforderungen für 80PLUS Platinum jedenfalls bei 20% Last. Bei 30%iger Last wird mit 91,8% der höchste Wirkungsgrad erreicht, ab 40% Last fällt das Netzteil aber unter Platinum Anforderungen, bleibt aber sichtbar oberhalb von Gold. Wenn wir nun die neuen Pure Power 11 FM mit den immer noch erhältlichen Straight Power 11 Gold vergleichen, braucht sich das neue Pure Power nicht wirklich zu verstecken. Die Unterschiede sind marginal und wenn man die Serienstreuung berücksichtigt, dann liegen die Netzteile fast gleich auf. Bei der für uns in Europa wichtigeren 230V Eingangsspannung fällt wie immer der Kurvenförderlauf etwas flacher aus. Der höchste Wirkungsgrad mit über 93% wird hier zwischen 30 und 50% erreicht, mit einem Maximum bei 40% Last. Bei geringen Lasten bis 100 Watt ist der Wirkungsgrad ab 25 bis 30 Watt Last schon bereits um 80%. Der etwas hakelige Verlauf, würde ich mal sagen, liegt hier an der moderneren Plattform. Die FM Serie nutzt wie zuletzt die AMX 2021 Serie von Corsair die Anforderungen für die neuen ATX Spezifikationen. Und die Version 2.52 verlangt, dass schon bei 2% Last ein Wirkungsgrad von 72% erreicht wird. Wie gewaltig der Unterschied ausfällt, wird sichtbar, sobald wir die neuen Pure Power 11 FM gegen die alte CM Version gegenüber stellen. Im Bild seht ihr jetzt die 650 Watt und die 600 Watt Version der Pure Power Netzteile. Und das ist eine deutliche Verbesserung. Aber überraschend dürfte sein, dass selbst das Straight Power 11 auch unterliegt. Und das neue Pure Power hier sogar ganz gut gegenüber der Platinum Version macht. Kommen wir zum Spannungsverhalten der neuen Pure Power 11 FM. Bei der Spannungsregulation bleibt der Spannungsabfall auf 3,3 Volt unter 0,5% und auf 5 Volt unter 1%. Auf der 12 Volt Leitung liegt dieser insgesamt bei 1,15%. Wobei das Regelabhängig immer minimale Unterschiede gibt. Insgesamt sehr gutes Ergebnis wie für ein Netzteil aus dem Mittelsegment. Und auch in diesem Punkt schlägt das neue Pure Power ganz gut gegenüber den alten Straight Power 11. Das auf den Nebenspannungen sogar deutlich schlechter abschneidet. Bei Crossload Lasten, also unterschiedlichen Belastungen der verschiedenen Leitungen, verändern sich die Werte nur unwesentlich. Kommen wir zur Restwelligkeit. Auf den 12 Volt Leitungen liegt diese zwischen 7 und maximal 44 Millivolt. Hier sieht man auch, dass die Restwelligkeit auf der 12 Volt 1 Leitung deutlich über den anderen Leitungen liegt. Das ist aber ja typisch, da die 12 Volt 1 Leitungen der ATX und die Molex Stecker sind. Erlaubt sind ja laut ATX 120 Millivolt. Somit ist das Ergebnis also insgesamt gut. Auf 3,3 Volt sind es 18 bis maximal 24 Millivolt. Und auf der 5 Volt Leitung sind es 13 bis 17 Millivolt. Beide Leitungen liegen damit deutlich unterhalb der zulässigen 50 Millivolt Grenze. Und das sind sogar sehr gute Ergebnisse. Verglichen mit den alten Pure Power haben wir auch hier eine deutliche Verbesserung. Denn das alte Pure Power 11 hat auf der Nebenspannung deutlich an der 50 Millivolt Grenze gekratzt. Kommen wir zu der Lautstärke. Besonders hier wird der Vergleich mit den anderen Serien und Vorgängern interessant. Die Straight Power 11 Gold und Platinum bieten einen höherwertigen Lüfter und laufen bei geringen Lasten auch unterhalb von 300 Umdrehungen pro Minute. Während das neue Pure Power 11 FM hier bei etwa 400 Umdrehungen pro Minute liegt. Was aber immer noch leise ist. Bei Volllast dreht der Lüfter aber etwas stärker als die Straight Power auf. Eine kleine Andeutung oder Erklärung zu den beiden Kurvenverläufen beim Pure Power 11 FM. Im neuen Diagramm haben wir einmal die Drehzahl bei ansteigender und dann bei absteigender Last. Das heißt, dass es hier auch ein Worst Case Denario ist. Wenn euer System die Lasten gar nicht erreicht, wird das Netzteil der Praxis eigentlich nicht wahrnehmbar. Oder diese Drehzahlen gar nicht erreichen. Am Schluss noch einen vielleichten Vergleich mit den alten Pure Power 11 CM. Hier sieht man, dass die neuen FM Varianten bei der Anfangsdrehzahl des Lüfters mit 400 Umdrehungen pro Minute liegen und die alten Modelle bei knapp 600 Umdrehungen pro Minute starten. Also hier hat man eine deutliche Verbesserung zu den älteren Varianten. Ich verlinke euch nochmal das Video und auch den Test zum alten Pure Power 11. Da könnt ihr nochmal, wenn ihr wollt, ausgiebig vergleichen. Dann kommen wir zum Fazit. Wie der Test gezeigt hat, ist das neue Pure Power 11 FM nicht nur eine weitere Variante des Pure Power 11, sondern eigentlich ein ganz anderes Netzteil. Einer der Hauptgründe dafür ist der fertiger Wechsel von Be Quiet. Während die alten Pure Power Modelle und auch die Straight Power Modelle noch von FSB gefertigt werden, wird das neue FM Pure Power von CVT gefertigt. Be Quiet hätte also das Pure Power durchaus Pure Power 12 nennen können, wäre dem Netzteil auch deutlich gerechter. Die Unterschiede zwischen den Netzteilen fallen meistens nicht so groß aus. Wie man es zum Beispiel bei den State Power 11 Gold und Platinum Varianten gesehen hat, das wir ja zuletzt im Vergleich hatten. Beim Pure Power 11 FM ist das aber nicht davon. Die Netzteile sind in vielen Punkten den anderen Pure Power Modellen soweit überlegen, dass das wirklich sichtbar wird. Und das in jedem Punkt. Beim Wirkungsgrad ist es seinen Namenswetter signifikant überlegen. Was besonders bei niedrigen Lasten deutlich wird. Hier schlägt das Netzteil sogar die Straight Power 11 Gold. Bei der Spannungsregulation wiederholen sich eigentlich die Resultate. Aber die größte Überraschung kommt bei der Restfälligkeit. Das war immer so ein Schwachpunkt bei Be Quiet ja selbst bei den Dark Power Netzteilen. Das neue Pure Power 11 FM zeigt hier für seine Klasse sehr gute Ergebnisse. Während die alten Versionen gerade mal so die Spezifikationen auf den Nebenspannungen erfüllen konnten. Bei den Schutzschaltungen gibt es bei den Be Quiet Netzteilen meistens kaum was auszusetzen. Aber auch hier schlägt das neue Pure Power deutlich besser. Bei der alten Version hatten wir noch auf die Schwächen bei der OPP hingewiesen. Diese sind nun komplett verschwunden. Und auch die OCP zeigt ein stabileres Spannungsverhalten. Auch bei der Lüftersteuerung gibt es Verbesserungen gegen den Pure Power 11 Modellen. Zwar kommt die FM Variante auch nicht an die Straight Power 11 heran, aber die Unterschiede fallen geringer aus. Insgesamt hat sich Be Quiet Plattform und Fertigerwechsel gelohnt und das Netzteil überzeugt auf ganzer Linie. Wenn, dann gibt es nur kleine sehr minimale Schönheitsfehler. So ist alleine schon aus Kostengründen die Pure Power Serie eine Einstiegsserie, die auch günstiger gefertigt wird und es kommen auch günstigere Komponenten zum Einsatz. Oft wird zum Beispiel am Premiere Elko gespart. Und hier zum Beispiel zeigt die 550 Watt Variante der Pure Power 11 FM auch Schwächen im Test. Falls euch die Hold Up Time interessiert, schaut unten in den verlinkten Artikel. Da findet ihr die entsprechenden Messwerte. Ich blende aber auch am Ende des Videos nochmal die Bilder ein. Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre. Da bietet manche Konkurrenz meist mehr in der Preisklasse. Aber alleine aufgrund der Garantielänge fällt eine Beurteilung eigentlich schwer. Denn die Herstellergarantie unterscheidet sich auch von Hersteller zu Hersteller. So, damit sind wir am Ende. Ich erwähne nochmal, dass wir die anderen Varianten auch getestet haben und ihr die Werte dazu unten in der Beschreibung verlinkt findet. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Falls euch die Videos hier gefallen, unterstützt uns mit einem Abo. Ich verabschiede mich dann, bis zum nächsten Netzaltest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.